Daniel Aminati über Krebserkrankung seiner Die Ergebnisse sind da. Daniel, 49, und Patrice Aminati, 29, kämpfen derzeit den schwersten Kampf ihres Lebens. Die Frau des Moderators ist an Krebs erkrankt. Viele Untersuchungen hat sie bereits über sich ergehen lassen. Die Ergebnisse selbiger teilt Daniel jetzt auf seinem Instagram-Account. Zu einem Barfoto, das die beiden in liebevoller Pose zeigt, schreibt der 49-Jährige. Die Ergebnisse der Untersuchungen, MRT, PCT, meiner Frau Patrice Eva sind da. Alle befallenen Lymphknoten konnten bei der OP erfolgreich entfernt werden. Es sind keine weiteren Stellenorgane befallen. Glück im Unglück. Es klingt wie eine Entwarnung, die der TV-Moderator gibt. Und dennoch, Patrice hat noch einen langen Weg vor sich. Dessen sind sich beide bewusst. Auf ihrem eigenen Instagram-Kanal informierte Patrice Aminati ihre Follower, ihnen am Montag.